ein energie kristall wurde gefunden oder es gab einen erdrutsch na komm von der seite geht's von dieser seite nicht jetzt muss ich aufpassen wegen den rock monstern bis heute so langsam ein energie kristall wurde gefunden laser 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 ein monster ist erschienen hol den laser da kommt leute ihr wollt mich alle voll verkackeiern hier du sollst den laser holen ganz zackig ich könnte mich jetzt auch damit schießen stromverbindung so jetzt aber ja komm kill zu einfach so ja so sechs kristalle erst nur hier kommen da ist noch ein erdrutsch war es das jetzt oder optionen ja option wenn ich näher dran geht treffte den auch so jetzt auf alarm weg ein energie kristall wurde gefunden das ding steht immer noch kurz kommen aufladeflöte so chromecrash powerbo ich würde ja gern schneller machen aber chromecrash powerbo ja weil das können die nicht mehr weg bohren auf normale art chromecrash powerbo hartes gestein geröll geröll ok na komm warum uns einfach mal quer durch monster es gab einen erdrutsch chromecrash powerbo ach du je ok es gab einen erdrutsch ein energie kristall wurde gefunden dafür dass das hier so strotzen soll ein energie kristall wurde gefunden ok da nochmal 3 hier nämlich immer noch mit acht stück chromecrash powerbo das auto finde ich im moment auch nicht es gab einen erdrutsch hm ok das auto fährt aber noch ob er bringt irgendwie keine kristalle nach hause doch jetzt chromecrash powerbo ich könnte noch mehr autos holen aber der bohrer reicht mir erstmal chromecrash powerbo auch wenn er im moment noch scheiße langsam ist ok steht sie nö auch leute der noch gar nicht 130 erz im lager und die kriegen das ding nicht gebaut komm muss ich weiter durch es gab einen erdrutsch die mega quelle sein chromecrash powerbo chromecrash powerbo aber wenn ich überlege das ist die letzte mission ok im moment ich weiß ja nicht was noch konch aber das war ja bis jetzt noch nix schweres die paar monster die nicht direkt angegriffen haben ein energie kristall wurde gefunden mit dem dicken bohrer hier durchbohren ja puh ich finde irgendwie ok jetzt haben wir schon 20 kristalle na komm nee der will jetzt da unten bohren chromecrash powerbo ne er will doch oben hehehehe oh du alter dran tutu hau weg dazu chromecrash powerbo gerell ah jetzt steht das ding optionen ja wo ist der ding ja wo ist der ding da oben aufrüsten motor irgendwo ist ein monster ich weiß nicht wo die machen das schon die wollen aber auch zum verreckten nicht abreißen kleine fahrzeuge da hole ich noch ein großes oder da hole ich mir lieber noch mehr bohrer oder kleiner transporter ah genau ich hole mir einen transporter öbö wenn der jetzt fertig ist du kannst auch motor aufrüsten du kannst auch motor aufrüsten du kannst auch motor aufrüsten ach warum macht der das jetzt nicht der ist immer noch unterwegs es gab einen erdrutsch da na komm so motor aufrüsten du bist schon fahrer rein da oder weil der lol ach der chromecrash noch nicht fertig ist können die noch gar keine upgrades machen es gab einen erdrutsch upgrade motor ach du je da kommt der angetran tütet aber das nervt mich jetzt hier dass das ding nicht mehr mehr abreißen kann ein monster ist erschienen ein monster ist erschienen so und jetzt aufrüsten aufrüsten bohrer chromecrash power kann ich da noch mehr dran machen nö so du holst hier das nächste upgrade und ladefläche auch noch es gab einen erdrutsch jetzt geht das auch mal ab hier mit dem ding oder ich fahre mal so das geht aber nicht so schnell es gab einen erdrutsch der selber anfängt der will auch jetzt gar nicht mehr ach du je ok nö ist zu doof ein energiekristall wurde gefunden bauen wir das ganze länder mal ab hey na da da rüber na da so eine neue höhle wurde entdeckt ok erz wieviel 22 kristalle erz dahinter ist auch nichts interessantes es gab einen erdrutsch es gab einen erdrutsch so noch mal alles weg es gab einen erdrutsch ach da er bohrt jetzt wirklich alles weg in einem affenzahn in einem affenzahn so komm aber ich muss doch irgendwo die zwei energiekristalle die ich gefunden habe ist doch nichts ok da ist noch einer hier fahr ich mich auch wieder fest ein energiekristall wurde gefunden nein verklickt ich kann zufeldern abräumen die ecke noch weg hier oben noch ist nichts es gab einen erdrutsch total erfolglos hier einzige gute ist der flötz am ende aber sonst ein energiekristall wurde gefunden auch wieder eine sackgasse es gab einen erdrutsch ok da ist noch mal 5 auf einmal chrome crasher power buch schluss ab ob der stein in der einen ähm mädchen geroll erz auf weil einfach keine kristalle hier sind ein energiekristall wurde gefunden und zu viel rock monster waren jetzt auch noch nicht da Dann bauen wir uns hier noch mal durch. Alter, das ist ja wirklich läppsch. Das Erz brauche ich eigentlich nicht. Wenn die mal hier alles aufgeräumt haben, dann habe ich Erz ohne Ende. Und zwar da wieder Problemchen, so. Nichts. Ich kann doch irgendwie erstmal im letzten Level, dass ich den Bildschirm drehe. Einfach nur, um besser arbeiten zu können. Ja. Alter, das ist ja wirklich... Ich glaube auch nicht, dass ich im Geröll was finde. Ich fährst mal hier hin. Jetzt dreh ich die Ansicht wieder. Hier oben war nämlich noch irgendwie... Hier ist alles hartes Gestein. Hier oben kann ich noch weiter. Rechts habe ich mich durchgebohrt, links habe ich gebohrt. Ich könnte theoretisch noch nach unten. Ne, nach unten könnte ich auch nicht. Oh, Alarm. Mal weg. Jetzt warte ich noch, bis das andere Auto kommt. Ein Monster ist erschienen. Okay, Alarm wieder an. Also, auf dass sie dann... ... Vielen Dank.